Bist du behindert oder bist du von Behinderung bedroht, ist sich die Mehrheitsgesellschaft, wäre ich du, wäre ich lieber tot, die der Emposamt, dein Bescheid, die Maßnahmen zur Eingebung bemessen an deiner Werbsfähigkeit. Trägerübergreifend, persönliches Budget, Trägerübergreifend, persönliches Budget. Durch die Amtsgänge schallt, Prokussionsvorbehalt, SGB, BTHG, ICF und ITB, Jo, Fanta 4, MFG. Trägerübergreifend, persönliches Budget, Trägerübergreifend, persönliches Budget. Schöp, 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 Trägerübergreifend, persönliches Budget. Trägerübergreifend, persönliches Budget. Es grüßt recht freundlich und zweifelsohne ihre Eingangszone. Hallo, wir sind Jane Blond und Festival Knievel, ein jenes Performance-Duo mit Behinderung. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Hilfe bzw. Care. Wir leben in einem sogenannten Sozialstaat, in dem Hilfe von Amts wegen bewilligt oder abgelehnt wird. Gerade Menschen mit Behinderung kennen die blumigen Auswüchse im Dschungel der Bescheide seitens LVR, KSV, Sozialamt usw. Aber auch andere Ämter, wie zum Beispiel das Jobcenter, die Arbeitsagentur, das Bundesamt für Migration, finden immer wieder höchst interessante Formulierungen. Und deshalb kommt hier unsere Bilder an euch, schickt uns die besten Zitate aus euren Anträgen und Bescheiden an diese E-Mail-Adresse. Und achso, übrigens, Informationen über uns und unser Projekt findet ihr unter diesem Link. Und dann könnt ihr jemanden gehen und Vielen Dank.